Ich bin der Adrian R. und identifiziere mich als Transmann. Bin 27 Jahre alt und komme aus einem kleinen, überschaubaren Rust, da wo der tolle Freizeitpark steht in der Region. Ja, wenn ich nicht hier sitze auf dem Sofa und Fragen beantworte, bin ich selbstständig, habe ein kleines Mediennetzwerk gegründet und mache alles rund um Werbung, von der Homepage über Logodesign, ja, generell Werbedesign. Wie identifizierst du dich eigentlich? Also ich identifiziere mich als Transmann. Man hört ja gerade im Transbereich immer verschiedene Bezeichnungen von Transgender über FTM, MTF, wie auch immer. Ich selber sage für mich, ich bin Transmann, wenn ich nicht fachspezifisch über das Thema rede, bin ich Mann, weil das für mich einfach so passt. Und ja, das ist genau die Antwort, die ich ja immer angestrebt habe in meinem Leben, dass ich sagen kann, ja, ich bin Mann. Wenn ich das dazu sagen muss, bin ich Transmann. Ich würde mal sagen, für mich persönlich macht es einen Unterschied einfach von vielen Definitionen, die ich schon gehört habe über Transgender. Wobei das, glaube ich, auch was ist, was jeder für sich selber ja entscheiden kann, was für ihn am meisten passt. Transgender verbinde ich eher halt selbst mit Menschen, die sagen, okay, ich muss nicht zwingend irgendwie auch meinen Körper biologisch, körperlich anpassen. Ich muss nicht unbedingt vielleicht OPs haben, damit es für mich passt oder auch Hormone bekommen, damit ich sagen kann, okay, es passt für mich. Also eher so ein bisschen was Flüssiges, was sich auch mal ändern kann. Wo ich dann aber sagen muss, nee, für mich passt dann eher dieses Ding Transident oder Transmann, weil es einfach für mich so diesen Prozess darstellt, dass ich auch sage, okay, medizinische Schritte sind mir wichtig gewesen auf meinem Weg. Muss nicht sein, dass ich da bis ins Detail gehen muss, aber es hat einfach dazugehört. Ja. So.